Hallo Leute da bin ich wieder zurück und wir spielen weiter mit Dragon Age und da ist die dunkle Brut mach sie fertig, glaub nicht yeah Attribute Magie und das da Stärke, eigentlich brauch man den gar nicht aufrüsten Klugheit ja ja Warhammer jetzt nehmen wir mal den nehmen wir mal seine Waffe weg wie viel macht das 5 Schaden 5 Schaden wie sieht das jetzt hier verkackt das schon und nehmen wir mal das Bild weg jetzt ist der Helmö auch soo ist der Scheiße nein wir haben den ja weg der so 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 m 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 nicht sind fressen und weg mit dir da hast du die spiel das war nicht nett man schilder ist tapfer gestorben das ist doch meine Schuhe das ist doch das ist das Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die gleiche Szene nochmal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schokolade Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein Schokolade Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 er hat dann der hat er noch was und ein Pullover aus der Neuzeit das geschehen Ich weiß nicht einmal, was hier ist. Ich weiß, was hier ist. Sie ist die Hexe der Bildung. Ja, manche kennen sich unter diesem Namen, andere nennen mich Hilaletta Schabella-Namme, ein altes Weibes zu kennen. Aber ist das wichtig? Ich biete euch an, eure Rauter in der Rauter-Verweite zu bringen, denn die Rauter-Vernehmung ist auch unvernehmlich für eine Rauter-Vernehmung. Gut, wir schützen die Bildung. Ich weiß nicht, was hier ist, weil der nächste, der letzte ist. Aber eine Dette, der ist die Texte. Die wir texten, die sind da auch. Ja, weil es ist die Texte. Das ist das Ding. Hier wird einer. Und die Texte? Ja, genau. Und hier. Ich würde das alles nur wegen der Erwanderung aufordnen. Ja, ich würde das alles nur wegen der Erwanderung aufordnen. Und auch hier, die Beine, die wir in der Rauter-Vernehmung haben. Ja, ich würde das nicht nur wegen der Erwanderung aufhören. Ja, wir sind nur wegen der Erwanderung aufhören. Und hier, die wir in der Rauter-Vernehmung haben. Ich würde das nicht nur wegen der Erwanderung aufhören. Ja, wir sind nur wegen der Erwanderung aufhören. Sie haben hier nichts zu tun. Er nimmt in der Nähe der Stattung vor einen Schlager in die Schäden. Bringt dieses Amulett zu Verhütung? Nervig. Noch soll nicht genau das, was ihr aufgreift und sämtliche Schuss zwischen uns ein bisschen dringend. Bevor wir uns allerdings würden vorhin nur in der Wehre oder noch eine andere Angelegenheit. Nein, lasst ihn in Ruhe. Was eure Mann angetan ist bereits. Sie erlöst. Sie erweiteren nicht. Ich kann die Vergangenheit in mir spielen. Wobei sprecht ihr überhaupt? Ich habe sie von der Luft in Ruhe. Überall war Blut. Ich wusste es, als es geschah. Und wie viel Zeit bleibt noch ein bisschen. Nicht mehr besonders viel mehr in den Schaden. Ich muss der Türken etwas geben, was wir tun können. Die einzige Heimung, die ich kenne, wäre ein grauer Weg. Und die sind gerade im Ausgleich gestoppt. Die müssen reichen. Aber die richtigen Familien in der Küche sind in den Ausgleich wollen. Aber rein, rein. Da brühe ich. Na, mehr zu. Du kannst mich nicht davon bitten. Ich werde es nicht tun. Moment. Die verkehrt ein bisschen langsamer. Ich habe es nicht tun. Ich kann es nicht tun. Und wie in Kini. Ich kann es nicht. Lös! Ja, was das ist? Ich kann es nicht tun. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Spiel ist viel länger, wenn man die Sprachteile da nicht unterbricht. Ein Rappen. Den Helm, die die Wachen da gerade hatten, den kriegen wir nachher auch noch. Kann man's kaufen. Kaufen wir auch. Ob ihr wollt oder nicht. Oh, ich hab Kopfschmerz. Ich spiel schon seit heute Morgen mal eins. Ja. 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 Beleidigend. Beleidigend. Okay. Dann verhindern er es mal. Zu schwach. Oh, es zu verhindern. Ich bin schon drauf vorbeikommen. Schwach. Hm. Hm. Ah. Komisch leicht wird es jetzt drauf vorbei. Jo. 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 Nein, er hat dunklen Brut an. Ja. Jo. 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 WDR mediagrisch.